die 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 ich hab ein grafik nachdem wo ich letztes auch hatte nee doch ja du weißt doch gar nicht welchen ich hatte bewegt dich nicht ich sehe das loch bewegt dich nicht was soll ich denn machen jetzt siehst du das loch da was für ein loch ja hast du doch gesagt dass du das loch siehst ja hier rechts ja genau das ist voll hell aber ja ich weiß geh mal da hoch ja den habe ich auch ich sehe nichts mehr es lag bei mir und ich falle ja du bist tot oder ja ich habe den selben bug video heb ich bitte auf ja mal bitte schneller ich hab doch schon hey Leute willkommen zur nächsten Folge von The Forest mittlerweile Part 7 ihr habt ja gerade gesehen was passiert ist aber ich bin richtig klug wenn es ab und zu ein bisschen laggt ich renne ja gerade noch das GTA Video raus wir nehmen das gerade nämlich auf am Mittwoch äh Abend oder Fastabend und ähm ja nennt man unter Umständen auch Nachmittag also ich nenne es immer Fastabend ähm ja wie gesagt ich renne das gerade noch raus dass es pünktlich hoffentlich kommt und deswegen nicht wundern wenn es ab und zu kurz leckt so ich muss jetzt Medizin fressen weil ich da jetzt halb gestorben bin ey guck mal her hörst du den hall warte mal warte cool Junge ich will keine Zeit verschwenden ich bin echt Hälfte im Essen ok weniger als Hälfte müssen wir da jetzt lang oder nicht ja ich schätze schon wir müssen tauchen ich hab nur Angst dass wir sterben warte kurz warte kurz die haben gesagt da muss man einfach lang laufen und da steckt die in der Wand drin vielleicht haben wir die verpasst die Axt hier unten ist irgendwas oh fuck man es wird voll kalt wenn du im Wasser bist da hinten geht's aber lang ja du bist du ist voll kalt hallo man bist du weiter bin ich bei dir? nein bin weiter ja ich bin durch da müssen wir auch hin ja genau jetzt hoch 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 oh da ist er aber ich hab echt mit dem Essen hab ich grad richtig struggle steckt die hier schon irgendwann an der Wand da unten da sind oh nein da sind kleine Viecher Babys? ja ok Molli sind stark die Babys ja komm ja werfen wir Molli die sind echt stark die wenn die also die wenn die dich kriegen hast ein Problem ich halte mir nochmal Molotow übrig gut dass du die so gut getroffen hast also ich würd sagen du gehst vor komm 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 ich zünd den immer nie an und sowas runter 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 ja er ist nur noch eins Leute die verbrennen schon komplett easy was ist das? ey wir könnten speichern speichern gleich ah tatsächlich ja können wir äh wir sind im Loch ja cool ähm cool ne cool ich komm hier nicht durch gut wir sind wir sind wir sind wenn ich jetzt kein Essen bekomme na dann ist aus ne da da ist trinken jetzt ohne Spaß ne ja hier ist noch eine Kiste komm bitte essen blöd blöd es ist aus ich hab nix keine Snacks nichts zum braten davon war ja ein Feuer es ist jetzt aus gleich ja was soll ich jetzt machen wir können nix machen warte nimm die Stöcke alle mit hab ich schon hast du schon okay dann lau dann komm mit warte warte äh ich weiß nicht was wir jetzt machen sollen jetzt wird's richtig problematisch ich speichere hier nochmal ab oh das ist gut ja wollen wir vielleicht erst schlafen wahrscheinlich Nacht draußen das ist richtig ja warte ist hier wirklich überhaupt nicht drück 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 mach Hilfe ich greif grad die Notreserven an alter welche denn es ist immer noch nacht bei mir ist jetzt so ein kleiner roter Balken noch dazu gekommen ich bin full du kannst es nur essen bevor es verbrennt warte 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 das kann nicht sein dass hier übelst viele sind warte mal ich do Ding wieder rausholen also mach dich bereit noch I'm ready perfekt wow kann man runter springen ich geh auch nochmal sicher warte oh da wir sind übelst viele Baby holen Molli 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 schnell 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 ich hab keine Molli rüst Molli aus komm warte doch einen die sind nämlich mit einem Molli weg du bist du bereit warte noch nicht noch nicht ich glaube die Ahnung an der fiel ja und Molli okay jetzt hier die sind auf dem Fleck komm komm da oh der Mollo Vielleicht muss ich Slack bei mir. Ich kann nichts machen. Ich habe Standbild. Ja, super. Horst antwortet nicht. Jetzt ist es okay. Mach mal... Er ist weg. Er ist Slack bei mir die ganze Zeit. Ich sage ja, die Babys sind... Wenn die springen, stark. Aber Slack hat die ganze Zeit bei mir. Ja, warum? Ja, hier ist der Muldug. Ich kann nichts machen. Er ist Slack. Ich werde sterben. Wir müssen hoch. Ja, hör auf mich zu hauen. Geh mal hoch. Die sind doch schon tot. Geh mal hoch. Es leckt die ganze Zeit. Ich muss gucken, was das ist. So. Wie viel Leben? Ich habe Medizin wieder geschluckt. Okay, dann los. Okay, nochmal runter. Warte, Shift. Ist denn aber, glaube ich, alle tot? Hm, weiß nicht. Also es war halt wieder Kacke, ne? Hier liegt einfach... Hier hängt einer. Oh, Passagier gefunden. Echt? Ja, Passagier gefunden. Platz 9a. Jetzt wissen wir das auf jeden Fall. Oh. Sieht sehr lecker aus. Ah, nee. Nee, was? Warum würde ich so? Es ist ein Fluss nach unten. Ist da noch ein Passagier? Passagier. Platz... Äh, ich spring mal hier rüber. Wenn es klappt. Ja, ich habe es nicht geschafft. Oh mein Gott, mich... Wie schlecht kannst du sein? Hingegen den Passagier gesprungen. Ja gut, dass du jetzt auch noch hier hingehst. Du, du weißt gar nicht, wie es gleich... Oh, mir ist kalt. Warte, mach mal ein Feuer, bitte. Oder ich mach ein Feuer, bitte. Weil mir ist gerade mega kalt. Ich zittere! Oh. 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 Oh, ich habe Fleisch. Oh. Abspeichern. Nicht schlafen, weil sonst geht die kaputt. Echt? Nee. Da ist einer. Wo? Da, der kommt. Ich glaube, wie du gehörst. Und Babys. Ich sehe ihn nicht. Warte mal kurz. Ich will mal kurz die Taschenlamme benutzen. Wow. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist weggegangen. Jetzt kommt er wieder erst um die Ecke. Um die Ecke rechts, rechts, rechts. Ah, daher, komm, los. Ich weiß nicht, ob da sind Babys, wenn die uns entgegengespringen, haben wir ein Problem. Ja, zwei, drei... Oh, 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 25.000! Und Babys oder Molochs? Ja, Babys! Alter, haben wir den zerstört. Hinter die, hinter die, hallo! Was denn, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Die Babys, die Babys. Alter, der hat mich geht, ich bin so low. Ja, dann geh weg, geh, geh, geh. Babys, komm, da müssen wir aufpassen. Nein, wir haben die gespeichert, Alter. Der springt, der springt. Komm, jetzt einmal. Die brauchen, glaube ich, nur einen. Ja, glaube auch. Okay, warte, ich muss kurz mir die ziehen nehmen. Ich habe keinen Molly, hast du noch welche? Die kommen gerade, warte mal. Beschützt, beschützt, beschützt. Ja, einen Molly habe ich noch. Ja, dann werf den da gezielt rein jetzt. Kommt ihr doch an? Ich habe keinen mehr, wir müssen welche machen. Yes. Ja, nur einen Baby hast du noch. Nein, die sind beide tot. Nee. Jetzt schon. Ich sehe wieder nichts. Ich sehe halt auch gar nichts. Ja, okay, jetzt los. Alter, die Taschen, das ist richtig. Aber das sind nochmal zwei. Das sind nochmal zwei. Warte, bis die springen. Okay, und jetzt, jetzt. Immer warten, bis die springen. Pass aufs andere. Yeah. Der ist fast in mich reingesprungen. Du musst aufpassen, wenn er dir entgegenspringt, Junge. Die sind... Junge. Alter, was sind denn? Ist er tot? Ja, ja. Okay, los. Los, los, los. Die Taschenlampe ist übelst geil. Ja, aber da müssen halt auch... Oh, mein Gott, Alter. Alter. Scheiße, hat der mich erschrocken. Scheiße. Der hat mich nicht mehr so... Oh, halt. Du bist ja vorgegangen mit der Taschenlampe. Ich habe gar nichts gehabt. Alter, mein Herz. Junge, wie laut. Da ist die Kletterhaxt. Hier an der Wand. Ja, hab's, hab's. Warte, schnell, schnell, komm, 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 komm. Abspeichern, abspeichern. Stimmt. Du bist klug. Digga, hat der Typ mich erschrocken. Alter, hab ich rumgeschrien. So hab ich noch nie im ganzen Let's Play rumgeschrien, Alter. Dieser Wasser... Ja, ja. Dieser Wasserfall ist so laut. Ja, tatsächlich. Okay, dann wirst du mal die Kletterhaxt aus und dann let's go. Da willst du... Willst du da direkt hoch? Ja, ja. Wie geht denn das? Warte mal, ich muss die erst mal auszupfen. Wo ist die? Hier. Ah, okay. Lo... Wie geil. Wie geil. Ich glaube, damit kann man jetzt auch im Loch rumgehen. Mit der Taschenlampe ist das übelst krust. Oh, da ist einer, da ist einer. Oh mein Gott, wie der aussieht mit der Taschenlampe. Was macht der? Uga. Ja, nimm doch dein... Uga. Aber das ist gut, du kannst Taschenlampe und Katana... Oh, da sind vier Stück. Drei waren glaube ich. Nein, die vier. Pass auf, pass auf, pass auf, die kommt. Alter, das sind vier Stück. Alter, der wagt in der Wand. Alter. Und noch, noch. LOL. Oh mein Gott, ich bin zu laut. Nein, hinter dir, hinter dir. Zwei Stück noch. Ich sterbe, ich sterbe. Ich bin tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Er läuft zurück, er läuft zurück. Der andere lernt weg. Ich hab Medizin genommen. Du musst mit der Taschenlampe noch reinleuchten. Ja, ich war schon grau, Alter. Der kommt, der kommt, der kommt. Ich sehe ihn fast nicht, wenn er nicht draufleuchtet. Der haut mich natürlich. Da kommt noch einer, die stehen auf. Ich kann nichts machen, die... Ja, du musst reinleuchten. Wenigstens, dass ich sehe, wo der ist. Ja, mach ich doch. Ich sehe es nicht, wo er ist. Du leuchtest zu mir, du guckst zu mir. Guck doch zu ihm. Ja, mach ich so. So guck ich zu ihm. Ja, bleib so. Bleib so. Jetzt guckst du wieder zu mir. Ich will dich doch beschützen. Dafür musst du halt... Dafür muss ich genau wissen, wo er ist und wo er hinrennt. Aber hat geklappt. Ja, ich will dir das nur sagen. Sonst geht es in die Hose. Lass mich mal einen Snack essen. Warte mal. Ich bin full. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, wir speichern nochmal ab. Denn unsere... Aufnahme ist damit auch schon beendet. Heute haben wir nur eine Folge aufgenommen. Deswegen ist Abspeichern jetzt wichtig. Zack. So, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem heutigen Part. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und schaltet dann am Samstag wieder rein. Ich bin gespannt, was wir nächste Folge machen. Schreibt uns Tipps in die Kommentare. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. Tschüss.